Und jetzt ist er in der Mitte da am Platz eingetroffen, begrüßen wir noch einmal unseren Marco Schwarz hier bei uns in der Mitte. Herzlich willkommen, lieber Marco, bei deinem Empfang in der Heimatgemeinen Mandel. Jetzt gibt es einen weiteren Auftritt von den jüngsten Fans für unseren Marco und zwar sind das die Kinder vom Kneipp Kindergarten Radenteil. Also bitte ganz ruhig sein und lauschen wir dem, was Sie vorbereitet haben für unseren Marco. Hurra, 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 unser Marco ist ein Star. Wir alle sind gekommen heut zum Racko-Lehrmed, Osa Freude. Hurra, 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 unser Marco ist ein Star. Wir alle haben, was nicht jeder hat, einen Superstar in unserer Stadt. Hurra, 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 unser Marco ist ein Star. Hurra, 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 unser Marco ist ein Star. Hurra, 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 unser Marco ist ein Star. Hurra, 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 unser Marco ist ein Star. Hurra, 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 unser Marco ist ein Star. Hurra, 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 unser Marco ist ein Star. Vora, 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 Kussanaku ist einster Ja, lieber Marco, natürlich haben wir dir auch ein Geschenk mitgebracht und das werden dir jetzt zwei Kinder von unserem Kindergarten überreichen. Wir haben ja für dich die Vogelhochzeit umgetextet, wie du gehört hast und wir haben das Lied aufgeschrieben und die Zeichnungen von Kindern verschönert. Vielleicht findet es bei dir zu Hause oder in deinem Fanclub einen schönen Platz, was dir immer in Erinnerung bleibt. Und die Gloria, deine Cousine und der Tobias von der Winkler-Hitlen möchten dir das jetzt gerne überreichen. Also wir sind sehr stolz auf dich, dass wir dich in unserer Stadt haben und die Kinder haben natürlich jetzt sehr viel von dir erfahren. Und deswegen sind wir heute auch in dieser großen Anzahl für die Heite kommen. Danke, dass wir mitwirken haben dürfen. Ein herzliches Dankeschön und ein riesen Applaus noch einmal an den Kleidkindergarten-Randhäden, Michael, das gesamte Team und alle Kinder, die mitgemacht haben. Vielen herzlichen Dank für das großartige Geschenk an den Marco.